Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel To the Ball! Ja, ich freu mich schon ziemlich auf dieses Spiel, weil ich es schon mal gespielt habe. Also, ich hab schon durchgespielt, aber leider hat das Spiel den Ton nicht aufgenommen und das hat, ja, ich hab ziemlich geweint und ich hab gedacht so, oh mein Gott, wieso kann das nur passieren, anscheinend. Und jetzt bin ich hier und schmiede es nochmal mit euch und mit dem Ende und ich werde nicht nochmal weinen. Nicht nochmal. Ja, dann fangen wir an. Beginnen! Und jetzt hoffe ich mal, dass ich die Stimmen auch ziemlich gut hinbekomme. Das ist schon mal richtig schön. Ich will auch nichts vorwegnehmen. Wer es nicht kennt... Ich will auch nichts beschreiben, weil es einfach nur schön ist. Und ich werde wahrscheinlich alles in dem Video erst mal in den ersten Dingen zeigen. Und jetzt bescht. Also, um was es geht, schreibe ich in der Videobeschreibung. So, jetzt bescht. Oh mein... Wo bist du mit deinen Gedanken, Neil? Entschuldige! Entschuldige vielmals, dass ich heldenhaft versucht habe, dem plötzlich auftauchenden Eichhörnchen auszuweichen. Du hast es trotzdem überfahren. Oh. Du hast es überfahren und bist gegen den Baum geknallt. Naja, nicht so schlimm. Der war gehört der Agentur. Machst du Witze? Der Chef wird uns umringen. Hm. Wir sagen einfach, ich hätte eine Hundewelpen gerettet. Gut. Er mag doch keine Hunde, oder? Er ist eher ein Katzentyp. Warum muss immer alles so kompliziert sein? Naja, gut. Wir haben seinen Lieblingsfellknäu gerettet. So. Krise abgewendet. Gut. Das kannst du dann ja alles in den Bericht schreiben. Lass uns die Ausrüstung aus dem Wagen holen und losgehen. So. So gehe ich übrigens mit Links-Links-Ausrüstung erhalten. Hab das Mist-Ding. Hab das Mist-Ding. Lass uns losgehen. So. Dann lass uns mal losgehen. Ich mag die beiden so sehr. Ja. Die schalten sich übrigens über. Das Schild zum Haus zeigt in die andere Richtung. Oh. Wie nett von ihnen zu existieren. Und kann ja nochmal das Eichhörnchen anschauen. What happened to me? Hr-Ach hör schon auf. Ich hab das Auto zur Schrott gefahren. Nur um ihn auszuweichen. Was würde ich sonst tun sein? Ausweichen und das Auto nicht zur Schrott fahren? Das ist ein bisschen zu viel verlangt. Ich liebe die beiden. Es wird noch richtig witzig. Hey, warte mal. Was ist mit dem Auto? Ich wollte nur sicher gehen, dass du es nicht vergisst. Wie du immer an mich denkst. So. Dann. Gehen wir jetzt da hoch. Also, sie sollen anscheinend... Also, der Typ da oben macht es nicht mehr lang. Und die wollen ihnen seinen letzten Wunsch erfüllen. Und ja, der ist halt zu dem Mond zu fliegen. Jetzt seide ich es doch, weil ich echt dumm bin. Ist zu mir neid. Und es passieren ziemlich schöne Dinge. Und das will ich euch nicht verraten. So. Weiter, weiter. Loki Loki. Da ist ein Stock. Oh nein. Ich dachte, das macht er knack. Wer hat da einen Felsbrocken hingelegt? Vielleicht ist das der Sicherheitssystem. Zur Gurke nochmal. Unsere Zeit ist zu kostbar für solche Quatsch. Versuchen wir ihn aus dem Weg zu rollen. Vielleicht können wir einen Ast als Hebel nutzen. Moment mal. Oder wir machen einfach Feierabend und geben diesem Ding hier die Schuld. Nein, what the fuck? Hinten bewegen. Ein Ast hinten. Ein Ast wird reichen. Da ist doch ein Ast. Ast erhalten. So. Und jetzt gehen wir. Okay. Hoffentlich funktisiert das. Oh. Was? Was war das? Das. Hast du das auch gesehen? Sowas wie ein Ball? Na gut. Egal. Wir müssen jetzt wirklich weiter. Ja. Genau. Ich hätte also einfach die Hand bewegen können. Oh Gott, diese Eichhörnchen. What the fuck ist los mit euch? Rastet doch nicht immer so aus. So. Außerdem gibt es hier natürlich nichts außer das Haus. Ist ja natürlich klar. Klopfen. Boom, 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 boom. Boom. Mom, sie sind da. Oh nein, Einbrecher. Soziere Strotpflinze. Oh nein. Kein schlechter Ort, um in Rente zu gehen. Was? Hm, da geht noch was. Oh Gott, what, ey. Nachtschichten liebst du oder hast du sie? Du kennst die Antwort, du verdammte Nachteule. Wir werden wahrscheinlich wieder eine Nacht durchmachen müssen, weißt du? Ist mir klar. Und ich bezweifle, dass sie Kaffee haben. Halt den Mund. Und das Meeresrauschen wird unsere Ohren sanft umspielen. Davon werde ich bald dein Quatsch und Händis mitbekommen. Und deine Augen wieder. Vergiss nicht, unsere Ausrüstung, Idiot. Hm. Ich werde viel zu schlecht bezahlt für das hier. Der Arme. Er tut mir auch immer voll leid. Erster Akt. Ich habe es noch nie jemandem erzählt, aber ich habe immer gedacht, dass die Leuchttürme sind. Was? Dass die Leuchttürme sind. Dr. Thomas und Dr. Rosalina nehme ich an. Danke, dass Sie so kurzfristig hergekommen konnten. Kein Problem. Ich bin selbst nicht so gut darin, Tode vorher zu sagen. Sind Sie die Tochter des Patienten? Oh nein, ich bin nur die Pflegerin. Diese Quälgeister. Und das sind meine Kinder. Sarah und Toni. Ich habe hier nicht gerade einen 8 Stunden Job. Deshalb erlaubt uns Johnny, wie sie wohnen. Ich nehme an, dieser Job, äh, dieser Johnny ist unser Mann. Johnny? Hören Sie, wenn wir es hier mit einem Kind zu tun haben, dann sind wir nicht die Richtigen für Sie. Nein, nein, er möchte nur lieber so genannt werden. Er ist oben. Sein Arzt ist gerade bei Ihnen. Kommen Sie bitte mit. Okay. Also dann, schnapp dir den Koffer und los geht's. Wenn mein Rücken eines Tages schlapp macht, verklage ich dich auf Schadensersatz. Nimm mir den Koffer mit, girl. Lass uns was erhalten. Okay. Okay. Ab nach oben, bevor ich dieses Ding noch fallen lasse. Nach oben? Ja. Okay. Okay, sie sind weg. Wer das erste ist, darf die Melodie spielen. Das ist nicht fair, du hast mich geshopst. Gar nicht wahr. Egal, du hast eh die beiden langweiligen Noten. Oh, ich liebe dieses Musik. Äh, dieses Musik. Ich liebe dieses Ding. Es ist echt süß. Für ihr Alter sind diese Kinder ziemlich gut. Hey, du bist diejenige, die hier ständig erzielt, dass wir keine Zeit zu verlieren haben. Wobei ich rein zufälligerjenige bin, der das Gewicht eines kleinen Meteoriden durch die Gegend schleppen darf. Übertreib mal nicht. Ja, ja, komm schon. Übertreib. Alter. Okay. Okay. Dann mal los. Das, das. Wollen sie aufbauen? Nein. Maschinen absetzen. Erstmal umsehen. Ja. Ja, dauert nur einen Augenblick. No. Sagt sie so. Wollen sie auffallen? Nein. Oh. Sind sie sicher, dass eine normale Steckdose für ihre Zwecke ausreicht? Keine Sorge. Sie sind die Fachleute auf diesem Gebiet. Mhm. Oh Mist. Rein und Routine. Nicht das nur, ob ihr aufpasst. Noch einmal und er stirbt. Und dann so richtig gut gemacht. What's? Richtig gut. Das bin ich übrigens. Wie macht er sich? Nicht so gut. Wenn sie mich fragen, er hat noch ein oder zwei Tage. Das ist reichlich Zeit. Sie beide können ihn also jeden Wunsch erfüllen, ja? Wir können es zumindest versuchen. Bis jetzt haben wir es noch immer geschafft. Denn wir sind einfach der Wahnsinn. So richtig Wort hat es mal. Also wie lautet der Wunsch? Der Mond. Was? Der Mond? Der Mond. Er möchte zum Mond fliegen. Die alten Knacker werden auch immer abgedreht. Was? Also, ist das möglich? Kommt drauf an. Das Wort, das du so heißt, heißt Jaaas. Jaaas. Okay. Warum erzählen sie uns nicht ein wenig über unseren Kunden hier? Tja, ich weiß eigentlich nichts sehr viel. Johnny ist ein seltsamer Mann. In den zwei Jahren, die ich hier gearbeitet habe, hat er kaum gesprochen. Er hat sein Leben lang als Handwerker gearbeitet. Und seine Frau ist vor zwei Jahren gestorben. Mehr weiß ich auch nicht. Himmel nochmal. Ich hätte mehr erfahren, wenn ich sein verdammter Zeitungsjunge wäre. Sei still. Mach einfach deine Arbeit. Nun ja, ich denke, wenn sie sich im Haus umsehen könnten, könnten sie einiges über ihn erfahren. Johnny hätte sicher nichts dagegen. Er hat sie bei dir beantragt. Was? Gut, dann machen wir das. Also, wer von uns beiden spielt Danec, please? Watts oder Ursuline? Ursuline? Ursuline. Ich weiß es nicht. Ich mag beide. Ich mach das. Ich habe mal den Sherlock Holmes in der Theater AG gespielt. Du hast den Watson gespielt. Puh, ist doch das gleiche. Einfach hier konfigieren. Sie läuft schon. Einfach konfigurieren. Sie läuft schon. Sie dachte sich auch nur so, boah, drauf hat er in den Hohen. Meine Kinder können sie herumfühlen. Sie sind wahrscheinlich unten am Piano. Piano. Okay. Ich habe letztens mit der Frau gespielt sogar. Ah. Wahrscheinlich schlafen die Kinder hier. Wo schläft sie? Ist jetzt kein Bett. Sie darf nicht schlafen. Sie darf nicht schlafen. Mhm. Okay. Das ist ein Klo. Oho. Hätte ich nicht gedacht. Also, oh mein Gott. Was ist das? Okay. Break my way, downtown. So. Wir gucken uns natürlich ein bisschen erstmal um. Dum dum. Das Gemälde zeigt ein Leuchtturm an der Küste. Ist das eine Meerungfrau? Sieht so aus. Das Gemälde zeigt eine Frau. Sie hält etwas Gelbes und Blaues. Wow. Das Gemälde zeigt ein Tier oder so etwas. Das Gemälde zeigt drei Leute, die sich unterhalten. Gut zu wissen. Dann gehen wir mal zu den Pflegern. Zu den. Warten Sie. Kommen Sie nochmal. Kommen Sie noch einmal kurz zu mir. Ich habe hier etwas für Sie. Oh. Ist das die? Tomi und Sarah können Sie im Haus herumfüllen, wenn Sie Hilfe brauchen. Sie sind wahrscheinlich un... Ja, ich habe es verstanden. Hier nehmen Sie das. Kabelhose, Kontrollmonitor erhalten. Damit wissen Sie, damit wissen Sie, jederzeit wie es Johnny geht. Ich hoffe, es hat keinen Selbstzerstörungsklopf. Oh mein Gott. Für die Beide, für die habe ich nämlich ein Hähnchen. Sank ist jetzt im Himmel aktiv. Ein Hähnchen. Hähnchen. Ein Hähnchen. Sie spielen ja immer noch. Au. 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 Habe ich gesagt. Au. Habe ich gesagt. Nein, Spaß. Jetzt wird es dunkel. Der Besorger ist da. Hallo. Was wollen Sie? Spiel drückt weiter. Fällt mich durchs Haus. Hey, eure Mom will, dass ihr mich durchs Haus hört. Okay, vielleicht machen wir das. Vielleicht? Ich glaube, wir brauchen einfach ein bisschen Überzeugung. Das ist alles. Oder was meinst du, Tommy? Ja. In Ordnung. Reden wir darüber. Reden wir darüber. Was wollt ihr? Drei Käsehochs. Wir wollen eine Trillionen Dollar. Übertreibt man nicht. Eine Trillionen Dollar. Oder die Sockerstange, die Mom vor uns versteckt. Ja, oder die. Ähm, was? Das ist eine riesengroße Sockerstange oben in dem Regalfach, an das sie nicht drankommt. Sie liegt in der Küche. Mom hat sie dort vor uns versteckt, bis wir die Hausarbeit erledigt haben. Hol sie sie für uns und wir machen mit ihnen ein Tool durch das Haus. Wie sieht's aus? Hm. Hm. Das ist die Mist. Nein, klar, ich hol sie. Ihr habt Glück, dass ich keine Lust habe, wieder die Treppen hochzunehmen. Sonst würde ich das eurer Mutter erzählen. Die Küche ist rechts von der Treppe. Holen sie sie! Holen sie! Sie nur holen. Holen sie sie und sie brauchen Zucker. Okay, ihr Piester. Das ist ja fast wie ein schreckliches Quest und das gleiche am Anfang. Äh, gleich am frühen Abend. Hallo, geh rein. Äh, das ist die Zuckerstange. Ach, da ist sie doch. Ich bin auch so klein. Äh, äh. Dammit! Hausaufsache, ich renne einfach... Achso, hier ist mein Dingens. Achso! So blöden sie sich also der Stescher. Hmhm. Hätte ich nicht gedacht. Grünsi. Zuckerstange. Äh. Selbstmacht! Jawoll! Das ist simpler als ein gelebtes Kind, den Lolli zu klaren. Oh mein Gott! Ehrlich? Was ist denn das mit dir los? Was? Das war voll böse. Ein gelebtes Kind. Richtig böse. Gleich so ein Fötus. Einen toten Fötus. Was? Was ist denn los mit dir? Alles klar, Kinderchen. Ich musste fliegen, gefahren. Trotzdem aber nun habe ich die Zuckerstange! Da mutig ist sie ein Jahrhundertzehnt alt und schweigt wie alt der Fussboden. Aber man kann sie wunderbar als Gehstock benutzen. Was? Also, bitte. Gut, wo fangen wir an? Ich weiß! Da ist dieser seltsame Raum im Keller. Ich mag den seltsamen Raum nicht. Ähm, welcher seltsame Raum? Sie werden schon sehen. Er ist gruselig! Wir brauchen aber die Schlüssel. Der alte Mann hat sie in einem Buch im Arbeitszimmer versteckt. Und wo ist das Arbeitszimmer, ihr dumm? Was? Also, erst mal... Putschslip! Ist das das Arbeitszimmer? Nein, das ist nicht das Arbeitszimmer. Das ist ein Badezimmer schon wieder. Warum hat der Typ so viele Badezimmer? Da! Das ist der Bücherraum! Der Schlüssel für den seltsamen Raum ist im dicksten Buch des oberen Regals. DICKTER BAUCH! Okay, jetzt macht er schon. Macht nichts, ihr dummen Kinder. Das Pilgerer Handbuch der Origami Kunst. Band 1. Wie verhindere ich Schwere Verletzungen? Passage lesen. Das Pilgerer Handbuch der Origami Kunst hat bereits die große Wikipedia Origami als Standartwerk gesammelt. Wissens über die Kunst des Papierfaltens verdrängt. Obwohl es einige Dinge auslässt und viele Inhalte etwas zweifelhafter Natur oder mindestens reichlich ungenau sind, und so bieten es gegenüber dem alten fetinatischen Werk doch zwei Vorteile. Erstens ist es selber aus Papier und zweitens erhält es heilreich viele Pflaster, um die ununmöglichen Papierverletzungen, die man sich bei einem Studium dieses Buches zuzieht, zu verärzten. Okay, weiterlesen, nein. Oder ihr könnt es weiterlesen, wenn ihr wollt. Hier. So. Nein. Wo ist denn das Buch? Die Geschichte eines Mädchen, das sich in einen Zombie verliebte. Was? Das muss ich jetzt lesen. Ähm, vielleicht nächstes Mal. Simmerschlüssel erhalten. Der Mann weiß, wo man Sachen versteckt. Oh ja. Dann gehen wir mal los. Ich kann das Kit anfassen. Ach. Ach. Mach das Licht aus. Wir können jetzt den seltsamen Raum im Keller aufschließen. 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 Mach mal hier Licht an. Das ist der Keller. Hier spielen wir immer verstecken. Schalten Sie das Licht an, damit Sie nicht stolpern. Nicht stolpern. Okay. Okay. Da ist jetzt die Tür. Ähm. Und. Ja. Äh. Okay. Dann geht er einfach weg. Also Yolo. Ich hab darauf keinen Bock. Warum sollte ich euch trauen, ihr kleinen Kinderchen? Und ähm. Es ist ja schon 16-20 Minuten. Und hier machen wir eine Pause. Oh mein Gott. Ist das nicht böse von mir? Ja. Das ist ziemlich böse von mir. Weil jetzt kommt's... Was in diesen... In dieser Tür drin ist. Und niemand weiß es. Außer ich. Weil ich schon mal gespielt habe. Und Leute, die wahrscheinlich das Spiel auch schon mal gespielt haben. Aber ihr seid böse. Und ich werde dieses Spiel nicht... Also ich werde Kommentare löschen, wenn ihr spoilert. Hahaha. Ich bin böse. Naja. Aber bis dahin. Ich werde wahrscheinlich morgen wieder aufnehmen. Aufnehmen. Weil ich liebe die Spiele. Und jetzt kann ich ja irgendwie wieder aufnehmen. So. Hell... Let's Play. Und so. Hell Hydra. Heil Hydra. So. Aber bis dahin. Hoffe ich. Euch hat's gefallen. Ich liebe die Spiele. Wie gesagt. Wenn das dritte war. Und ähm... Ich werde wahrscheinlich andere... Wahrscheinlich andere... Entscheidungen treffen, die ich... Das erste Mal gemacht habe. Aber... Bis jetzt... Ist leider nicht wirklich was passiert. Und... Ja. Mal schauen, was... In dieser Tür ist. Uuuu. Naja. Bis dahin. Tschau. 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 Tschau.